Du wartest schon hier. Ich kann leider nicht stehen bleiben. Ich bin ein bisschen knapp heute. Ich bin noch nicht so organisiert, ich bin noch halb im Urlaub. Zurück in Wolfsburg, 10 Tage nach der Euro. Werbeaufnahmen für den Verein und seine Sponsoren. Im kurzen Urlaub zuvor steuert Alex Popp bei der Camper-Tour durch Deutschland lieber abgelegene Stellplätze an. Weil ich einfach für mich auch sein wollte und die Zeit einfach auch brauchte. Aber wenn es dann doch natürlich mal in Richtung Menschen dann auch ging, dann ging es schon relativ schnell, dass ich dann erkannt wurde, dass wir unglaublich schönes Feedback bekommen haben, dass wir eine gute Europameisterschaft gespielt haben, dass wir unglaublich viel in der Gesellschaft vorantreiben können. Und da hoffen wir natürlich jetzt auch auf Nachhaltigkeit. Wirklich die Europameisterschaft, die mich dazu nötigt, hätte ich fast gesagt, aber ja, die mich dazu bringt, nochmal daran zu arbeiten. Grundsätzlich wäre es nicht ich, wenn ich jetzt sagen würde mit dieser Diagnose, ja, dann war es das jetzt. Grundsätzlich nehme ich diesen Kampf erstmal an. Wenn ich ihn am Ende verliere, dann ist das so, dann könnte ich es nicht mehr ändern, aber ich hätte es wenigstens versucht. In der Verletzungszeit habe ich wirklich den Fußball unglaublich schätzen gelernt, wie viel er mir bedeutet. Und ja, das war mir so vorher gar nicht bewusst. Und da hat man ja schon sehr Revue passieren lassen, wie es dann war und wie es auch einfach ist und wie schön es einfach ist, Fußball zu spielen. Ja, da bin ich nur in der Champions League unterwegs. Von daher muss Hansi mir schon gute Argumente bringen, damit ich irgendwie vielleicht im November da woanders hinfliegen kann. In der Winterpause hast du auch Zeit. Ja, aber da ist ja noch keine Winterpause. Oder ich komme nach, ja, ich kann nachgeflogen kommen. Hältst du dich da ein bisschen fit, aber dann kommst du bitte wieder. Mitgenommen habe in den letzten Jahren, die prägen einen ja auch. Und ich wusste natürlich dann auch in dem Moment, wie ich relativ schnell mit meiner Situation umgehen kann, um dann trotzdem den anderen wieder zu helfen. Und ja, da gehört es für mich in dem Moment dann auch dazu. So eine starke Schulter dann auch anzubieten. Hat er zu mir gesagt, dass ich ein sehr gutes Turnier gespielt habe. Und damit habe ich halt gar nicht gerechnet. Und habe dann halt einfach auf Englisch dann, ja, danke William gesagt. Und dann habe ich es auch erst im Nachhinein so ein bisschen realisiert, wo ich dachte, Gott, du hast zu dem Prinzen danke William gesagt. Ähm, okay. Alex Popp spielt jetzt auch beim VfL nicht mehr im defensiven Mittelfeld, sondern im Sturm. Vor dem Spiel hat Alex Popp ihren Vertrag in Wolfsburg vorzeitig verlängert. Bis 2025. Das hat viele überrascht. Also es kann natürlich trotzdem passieren, dass ich nächstes Jahr oder in zwei Jahren sage, so Gott, jetzt ist es doch vorbei. Aber mein Bauch hat mir signalisiert, dass es noch alles richtig cool werden kann. Also sei es beim VfL als auch bei der Nationalmannschaft. Weil ich habe schon auch mit dem Gedanken gespielt, gerade international vielleicht schon zurückzutreten. Aber das, dieses Turnier hat mir so Spaß gemacht. Diese Mannschaft hat mir so Spaß gemacht. Da glaube ich, ist es auch noch nicht Zeit, da schon Goodbye zu sagen, sondern die ein oder anderen Jungen ein bisschen an die Hand zu nehmen. Alex Popp, eine der ganz Großen des deutschen Fußballs. Und eine für die Große Bühne.